Schön, dass du wieder hier bist, hier in diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du dir Ziele setzt so, dass du sie nicht nur mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erreichst, sondern auch noch glücklich und zufrieden bist auf dem Weg hin zu deiner Zielerreichung. Und das mag jetzt erstmal übertrieben klingen und ich kann das vollkommen nachvollziehen, wenn sich das für dich so anhören mag. Nichtsdestotrotz war es mir wichtig, dir das direkt zu Beginn dieses Videos zu sagen, denn wie du wahrscheinlich wissen wirst, gibt es on mass Videos, Kurse, Seminare hier und auf anderen Plattformen darüber, wie du dir richtig Ziele setzt, wie du die Ziele richtig erreichst und so weiter. Und oftmals ist es leider so, meinem Empfinden nach, dass vieles einfach wiederholt wird. Vieles ist alter Wein in neuen Schläuchen. Oftmals werden dir immer die gleichen Inhalte mit an die Hand gegeben, beispielsweise die bekannte Smart-Formel. Ziele müssen spezifisch sein, messbar sein, attraktiv, realistisch, terminiert und so weiter. Und ganz oft wird gesagt, du musst deine Ziele ganz konkret formulieren, du musst sie in Präsenz formulieren, als wenn du sie schon erreicht hast und so weiter. Ich kenne die ganzen Inhalte und möchte ganz bewusst hier zu Beginn sagen, das ist nicht das, worum es hier in diesem Video gehen sollte. Warum glaube ich, dass mit den Inhalten, die ich hier mit dir teilen werde, du deine Ziele mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erreichen wirst und auch noch glücklich bist auf dem Weg dahin? Ich weiß, dass das ein hoher Anspruch ist, aber ich habe diese Inhalte bereits seit oder vor fünf Jahren erzählt, in der Regel nur in hochpreisigen oder höherpreisigen Kursen, Seminaren oder Coachings. Ich denke jetzt aber, weil ich mittlerweile auch die ersten YouTuber sehe, auch aus Amerika, die mit ähnlichen Inhalten daherkommen, dass es wichtig ist, dass du darüber Bescheid weißt. Die meisten Menschen, wenn sie über das Thema Zielerreichung sprechen, sagen das eben genannter. Schreib dir deine Ziele auf, oftmals zum Jahreswechsel oder whatever. Schreib sie, formulier sie möglichst konkret. Es gibt da diese eben angesprochene Smart-Formel. Und dann arbeite auf deine Ziele hin. Die logische Folge davon ist aber, dass dieses ganz konkrete Ziel, welches du dir gesetzt hast, und da ist es ganz egal, in welchem Bereich, das kann sein, dass du 10, 20, 30, 40 Kilo abnehmen möchtest, was ich ja auch in der Vergangenheit gemacht habe. Es kann sein, dass du sagst, okay, ich möchte nächstes Jahr so und so viel mehr Geld verdienen als die letzten Jahre. Es kann sein, dass es irgendein anderes Ziel in irgendeinem anderen Lebensbereich ist, im sportlichen Kontext oder whatever, Ernährungsumstellung, I don't know. Aber alle Zielsetzungsmethoden haben eine Sache gemeinsam und das ist nichts, womit ich mich persönlich identifizieren kann. Denn dieses konkrete Ziel, was du dir ausgesucht hast, bereichsunabhängig, liegt in der Zukunft. Das heißt, du sagst nach Möglichkeit, ich möchte bis Juni im nächsten Jahr 20 oder 10 Kilo abgenommen haben. Was dann passiert ist, du projizierst dein Ziel logischerweise in die Zukunft und konzentrierst dich darauf, dass du im Juni des nächsten Jahres 10 Kilo verloren haben möchtest. Die Krux an der Sache, und das ist das Blöde, wo kaum jemand drüber redet, was mir aber am Herzen liegt, das mit dir zu teilen, ist, dass du in dem Moment zielorientiert agierst. Hört sich erstmal super an. Wir hören es auch überall. Agiert zielorientiert, handelt zielorientiert und so weiter. Es ist auch immer noch besser, als keine Ziele zu haben. Verstehe mich bitte richtig. Man soll schon, Seneca, der Philosoph, hat gesagt, wer den Hafen nicht kennt, in dem er segeln will, für den ist kein Wind der Richtige. Das heißt, es ist schon wichtig, Ziele zu haben. Aber ich nenne dir ein konkretes Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe mir vor einigen Jahren das Ziel gesetzt, ich möchte 35 Kilo abnehmen. Und ich habe die ersten Monate durchgezogen. Eiskalt. Ich war siebenmal die Woche im Fitnessstudio. Ich hatte dann einen Split und so weiter. Bin zwischendurch vor der Arbeit noch laufen gegangen. Ich habe extrem viel gemacht und habe aber nach wenigen Monaten festgestellt, ich fühle mich scheiße dabei. Wieso war das so? Und wie gesagt, das gilt für alle Lebensbereiche. Das war auf dem Grund so, weil das einzige Glück, was ich mir versprochen habe, war von dem Erreichen meines Ziels. Dieses Erreichen des Zieles von mir damals, was zukunftsorientiert war, war noch nicht da. Das hatte zur Folge, dass ich quasi auf mein Ziel hingelitten habe. Ich habe ohne Ende Gas gegeben, mir ging es nicht gut damit. Ich habe noch mehr Gas gegeben, stand vor dem Spiegel, dachte, Ziel immer noch nicht erreicht. Ich habe noch mehr Gas gegeben, wieder vor dem Spiegel gestanden und dachte, Ziel immer noch nicht erreicht. Wenn ich doch endlich mein Ziel erreiche. Und dann irgendwann kommt es vielleicht, man ist happy und dann setzt man sich ein höheres Ziel und wieder geht es von unten los und man ist dann happy, wenn man das Ziel erreicht hat. Ich dachte mir, das kann doch keine Philosophie sein für zum Leben. Das ist doch eine denkbar blöde Haltung, um sich Ziele zu setzen, wenn man dieses kurzfristige, hedonistische, dopaminerfüllte Glück hat bei der Zielerreichung und die ganze Zeit vorher irgendwie auf sein Ziel hinleidet. Das ist doch nicht der Way to go. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen. Und eine Sache ist am eigenen Leib sehr bewusst geworden. Wie du wahrscheinlich weißt, es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ob man eine Sache kognitiv versteht oder sie selber erfährt. Ich habe mir dann gedacht, okay, was kannst du tun, um nicht nur mit höherer Wahrscheinlichkeit dein Ziel zu erreichen, sondern auch dich besser zu fühlen bis dahin und nicht auf dein Ziel hinzuleiten. Und da ist mir eine Sache klar geworden. Bei ganz vielen Zielen, egal ob das ist, du möchtest 10, 20 Kilo abnehmen, du möchtest mehr Umsatz machen, du möchtest sonst irgendwas haben, liegt das Ziel oftmals auf ungewisser Ebene. Wir wissen, wir können viel dafür tun, das Ziel zu erreichen, aber ob wir es erreichen, das können wir nicht wissen. Es kann sein, nehmen wir das Beispiel abnehmen, dass wir erkranken, dass wir vielleicht enorme Probleme bekommen mit der Schilddrüse oder anderen Sachen, dass Komplikationen dazwischen kommen, vielleicht brechen wir uns ein Bein, vielleicht irgendwelche Sachen können passieren, die unvorhergesehen sind, weshalb wir unsere Ziele nicht erreichen. Dasselbe im Business-Kontext. Wir können etliche Hebel bewegen dahin, um unseren Umsatz in die Höhe zu fahren. Es kann aber immer etwas passieren, was dazwischen kommt, vielleicht eine weltweite Pandemie als Beispiel, oder ähnliche Sachen, die der Sache im Wege stehen. Also habe ich mir damals Folgendes gedacht. Wieso konzentriere ich mich nicht, die Stoiker haben das auch schon gesagt, wieso konzentriere ich mich so sehr auf die Dinge, die ich nicht final beeinflussen kann? Wieso lege ich nicht meinen Fokus komplett auf die Dinge, die in meiner Hand liegen? Seinerzeit war das in erster Linie der Prozess. Den Prozess kann ich steuern. Ich kann steuern, wie ich mich jeden Tag ernähre. Ich kann steuern, wie oft ich am Tag oder in der Woche trainiere. All diese Sachen kann ich bewusst steuern. Und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann ich mein Ziel erreiche. Das heißt, ich habe Folgendes gemacht. Ich habe dieses Ziel damals, 35 Kilo abzunehmen, nicht komplett verdrängt. Das war immer noch da, als eine Art Fixstern in meinem Hinterkopf, so dass ich wusste, okay, da möchte ich hin. Das ist der Way to go, das ist die grobe Fahrtrichtung. Habe dann aber mich sehr schnell nicht mehr auf das Ziel konzentriert, sondern mir einen Plan gemacht bezüglich des Weges. In dem Fall war das seinerzeit, sei jeden Tag ganz leicht im Kaloriendefizit, esse genug Eiweiß, roundabout 200 Gramm war das seinerzeit, gehe fünf bis sieben Mal zum Sport. Das waren, esse keine Süßigkeiten, trinke genug Wasser, schlafe genug zur Regeneration. Das waren die Sachen, auf die ich mich fokussiert habe. Denn all die Sachen hatte ich final in der Hand. All die Sachen konnte ich jeden Tag steuern. Die Folge davon war jetzt folgendes. Wenn ich einen Tag abgehakt hatte, wo ich im Kaloriendefizit war, meinen Sport gemacht habe, genug getrunken und genug geschlafen habe zum Beispiel, dann konnte ich abends einen Haken machen. Und wenn ich jetzt vorm Spiegel stand, dann war ich nicht unglücklich, weil ich mein jetziges Spiegelbild verglichen habe mit meinem Ziel, welches irgendwo in Ungewissheit in der Zukunft liegt, sondern ich habe in den Spiegel geguckt und habe mich besser gefühlt, denn ich habe ja alles dafür getan, um mein Ziel zu erreichen. Mehr hätte ich sowieso nicht machen können. Ich habe alles getan, was in meiner Hand lag. Und das war das Beste, was ich hätte tun können. Das Ergebnis war, ich war nicht nur jeden Abend, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, glücklicher als vorher, denn ich wusste, ich habe alles dafür getan, um on track zu sein in Richtung meines Zieles, welches irgendwo im Hinterkopf war, sondern, und das ist der springende Punkt, ich habe auch gleichzeitig ohne Ende die Wahrscheinlichkeit erhöht, mein Ziel zu erreichen. Denn was denkst du, wann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dein Ziel zu erreichen, in meinem Fall, wie gesagt, war es 35 Kilo abzunehmen, wenn man jeden Tag ins Spiegel guckt, das vergleicht mit dem zukünftigen Ich, mit seiner Zielsetzung und denkt, ich habe es immer noch nicht geschafft und deprimiert oder traurig darüber ist, oder wenn man jeden Tag ins Spiegel guckt und einen Haken machen kann und stolz darauf ist, dass man alles gemacht hat während dem Prozess, was nötig ist, um sein Ziel in der ungewissen Zukunft erreichen zu können. Das ist eine rhetorische Frage, selbstredend Letzteres. Und gerade weil du dadurch in Zukunft motivierter sein wirst, wenn du dich auf den Prozess fokussierst und nicht auf dein Ziel in der Zukunft, ist die Wahrscheinlichkeit auch ungleich höher, dass du dein Ziel erreichen wirst. Das heißt, wenn dein Ziel beispielsweise ist, vielleicht bist du im Vertrieb und du hast das Ziel, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Euro mehr Umsatz zu machen bis Juni nächsten Jahres, dann behalt das im Hinterkopf, verdräng das nicht. Das ist cool zur Orientierung, aber frag dich, was musst du dafür tun, um dieses Ziel zu erreichen? In dem Fall könnte es sein, ich akquiriere jeden Tag 10 potenzielle Kunden, denn das ist etwas, was du in der Hand hast. Ob die kaufen oder nicht, kannst du nicht beeinflussen. Wenn dein Ziel ist, 5.000 Euro mehr zu verdienen im Juni und du hast einen Tag, wo du 10 Leute akquirierst und 10 Leute sagen ab, dann wirst du abends ins Spiegel gucken und traurig sein, denn du bist deinem Ziel nicht näher gekommen. Wenn du aber weißt, wenn ich jeden Tag die 10 potenziellen Kunden akquiriere, bin ich auf dem besten Weg, mein Ziel in der Zukunft zu erreichen, du bist on track, dann wirst du dich gut fühlen, auch wenn du 10 Kunden akquiriert hast und die alle abgesagt haben. Wenn dein Ziel ist, 10 Kilo abzunehmen, dann behalt das gerne im Hinterkopf, sag ungefähr, bis wann du dieses Ziel erreicht haben willst, aber häng dich da nicht dran auf. Mach dir viel eher einen Plan, was notwendig ist für Schritte, um dieses Ziel zu erreichen. Teil dir die ein für jeden Tag und sei stolz auf dich, wenn du jeden Tag alles getan hast dafür, um dieses Ziel zu erreichen. Das gilt für alle Bereiche und in vielen Bereichen machen wir das auch. Wenn du dich ins Auto setzt von Kiel oben und du möchtest nach München fahren, dann hoffst du natürlich, du hast ein Ziel, München, du hoffst natürlich, da anzukommen, aber ob das so ist, toi toi toi, wissen wir nicht. Vielleicht hast du einen Unfall, vielleicht ist ein Verkehrschaos, vielleicht ist auf einmal Blitzeis und Straßen sind gesperrt, vielleicht geht das Auto kaputt oder es passiert ein Unfall. Es gibt viele Ungewisse, weshalb wir nicht wissen, ob wir unser Ziel final erreichen können. Es gibt aber vieles, was wir dafür tun können, um uns auf den Weg bestmöglich zu konzentrieren. Uns anzuschnallen, vorsichtig zu fahren, vielleicht ein Navi einzustellen, das Auto zu kontrollieren. Das sind Dinge, die wir in der Hand haben. Und so erhöhen wir nicht nur die Chancen, unser Ziel zu erreichen, sondern du lernst auch dabei, wie du glücklicher bist auf dem Weg, denn du weißt, du hast alles gemacht, was in deiner Hand liegt. Und das ist mein Ratschlag für dich, um dir so Ziele zu setzen, dass du nicht nur glücklicher bist auf dem Weg dahin, sondern sie auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erreichst. Und wenn du dir denkst, das macht total Sinn, warum habe ich das nicht eher gehört, dann kann ich dir sagen, warum. Wahrscheinlich hast du in den letzten Jahren keinen meiner Kurse oder Coachings teilgenommen, was ich dir nicht verübeln kann. Aber wenn du denkst, Mensch, das klingt interessant und vielleicht gibt es auch andere Inhalte, die nicht unbedingt im Mainstream zu bekommen sind, dann schreib doch gerne mal hier in die Kommentare, was für Themen dich sonst noch interessieren würden. Das war es für dieses Video. Lass gerne einen Daumen nach oben da. Bis dahin, nur das Beste. Adios.